ARD Text im Auftrag von Funk Grüß Gott, mein Name ist Admar Hitzfeld. Und ich bin der Hakan Yakin, hallo. Ein Liebespaar, Christa. Ein Liebespaar! Nein, nein, das nicht. Doch, aber an der WM sind wir auch mal ein gutes Thema. Das ist natürlich etwas anderes, klar. Doch, man möchte mit dem Lied zeigen, wie verbunden wir in der Schweiz sind und wie es uns geht, wenn wir im Ausland sind. Besonders in der Wüste. Und ich heim bin nach den Bergen nach dem Schocki und nach dem Wein nach den Wäldern und nach dem See und nach dem Schnee Olé! Und ich bin weit weg von daheim in eine Stadt, wo ich nicht sein will verloren in so viele Leute, wo ich nicht sehen will Olé! Und ich bin Morin und da O da da Me Und ich bin jetzt fertig. Ich bin mir vorkam, emotional, wie auf 4000 Meter oben, ich habe Schnee gesehen, es ist wunderschön, eine weite Landschaft. Und der Gesang war für mich rein wie ein Bär. Das hat mir sehr gefallen. Mir hat auch sehr gefallen. Das ist sicher sehr schweizerisch. Darum passt es zu dieser Sendung. Aber eine Frage. Könnt ihr auch etwas mehr fröhlich singen und joden und spielen? Jocha, letzten Endes muss man sich sagen, es geht auch um eine Leistung, wenn man es sich bringt. Wenn ich so etwas höre, wird der Tag natürlich schöner mit jeder Minute. Ja, und das Spiel geht 90 Minuten. Ja gut, aber das stimmt nicht. Gut, dann rede ich nicht mehr viel und sage Ja. Für mich auch Ja mit etwas fröhlich. Danke schön. Danke schön. Dann gehen wir jetzt.